Und wer sein Leben danach ausrichtet, sich die ganze... Und es geht nicht darum, dass du dein Leben danach ausrichtest, sondern es ist ein Bonus, den du automatisch mitbekommst. Und natürlich, jeder Mann will eine Frau an seiner Seite oder mit Frauen zu tun haben. Das ist ja unser Urtrieb. Wir wollen uns fortpflanzen. Ganz dazu fragen, wie kläre ich am besten Frauen oder dafür auch noch Geld ausgibt. Also sorry, aber das ist halt per se einfach schon ein bisschen lost. Nein, es ist nicht lost, weil du dich nicht in die Leute mal reinversetzen kannst, die es vielleicht nicht so einfach haben wie du, lieber Jonas. Das ist halt das Problem von so Leuten wie Jonas. Nur weil er jetzt hier so redet und keine Ahnung von der Dynamik hat, heißt das übrigens nicht, dass er ein Beta ist, ne? Könnte auch ein Alpha sein, aber er ist halt ein Bluepill-Alpha. Er hat keine Ahnung von Dynamiken. Und für ihn ist es einfach, Frauen zu klären. Erstens, er sieht nicht schlecht aus, ne? Also, ich meine, nochmal, ich will nicht haten. Es geht mir nicht um seine Persönlichkeit. Er ist ein attraktiver Mann, klar. Geschmackssache, aber ist jetzt nicht so einer, wo man sagen könnte, so, oh Bruder, so, oh, volle ekelhafte Glöckner von Notre Dame Typ. Und zweitens, er hat Fame und Status. Er ist einer der größten YouTuber in Deutschland. Er verdient viel Geld und hat Status. Und das zieht Frauen an. Also, kann er sich wahrscheinlich, und wenn er ein bisschen, wirklich ein bisschen Game hat, okay? Er braucht nicht richtig gutes Game zu haben. Solange er nicht irgendwie von der Persönlichkeitsebene nicht komplett lost ist, ne? So ein richtiger Ekel. Wird er genug gute Frauen, hübsche Frauen abkriegen. Allein schon durch sein Aussehen und durch seinen Status. Also, ist es schwer für ihn, sich vorzustellen, dass es Männer gibt, die gar nichts abkriegen. Die froh sein können, mal auf ein Date zu gehen. Im Jahr. Und er ist wahrscheinlich einer der Typen, wenn du ihn mal so fragst, ne? Was kann ich machen, damit ich bei Frauen besser ankomme? Er dir sagen wird, hey, sei einfach du selber. So wie ich. Ich bin ja auch einfach ich selber, ne? Ich bin so, wie ich bin und fertig. Und die Frauen fliegen mir nur so aus allen Seiten zu. Das Problem ist, so sind aber nicht alle Männer. Es gibt Männer, die haben Probleme. Aber dadurch, du dich ja noch nie damit beschäftigt hast oder in deinem Freundeskreis alle Typen, die du kennst, die wahrscheinlich auch alle Fame haben, es einfach mit Frauen haben und sie die reihenweise wegklatschen, jedes Wochenende, weil sie das sind, was sie sind, ist es halt schwierig, sich vorzustellen, dass es halt auch eine andere Welt gibt oder dass es in der realen Welt nicht so einfach ist. Ich habe euch schon tausendmal gesagt, in meinem Channel geht es nicht um mich. In meiner Welt würde ich auch sagen, äh, Bro, sei einfach, wie du bist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Typen gibt, die, äh, was weiß ich, schon 30 oder 40 sind und einen Bodycount von 5 haben. Oder dass es Männer gibt, die im Durchschnitt in ihrem Leben mit 7 Frauen schlafen werden. In meiner Welt, also, wenn ich so, ne, alles so projizieren würde, wie ich es denke, würde ich denken, sowas gibt es doch gar nicht. Es gibt doch keine Männer, die nur mit 7 Frauen in ihrem Leben schlafen. Was ist das denn? Vielleicht mal in einem schlechten Jahr 7 Frauen. Aber die Realität sieht anders aus. Weil nicht jeder Mann ist für eine Frau attraktiv. Es gibt Männer, die müssen hart dafür arbeiten. Und ja, die werden rausgehen und sich Hilfe holen. Was wollen die sonst machen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe jetzt nicht das Problem. Was ist jetzt daran verwerflich, wenn jemand, der, ähm, Probleme im Dating oder sonst irgendwo in seinem Leben hat, rausgeht und sich Hilfe holt. Und dafür auch noch bezahlt. Solange natürlich er auch die Hilfe bekommt, ne. Also, wir reden jetzt hier nicht von Scam. Nicht von, Leute wollen dir irgendwas suggerieren. Du bezahlst die und dann kriegst du am Ende gar nichts dafür. Das ist wieder was anderes. Aber du hast ja gesagt, ich kenne die Qualität der Coachings nicht. Also, kannst du darüber auch kein Urteil fällen. Aber dazu, aber zu sagen, ja guck mal, so voll, äh, niederträchtig und, und, und. Ja, die machen das doch absichtlich so, damit ihr am Ende ihre Programme kauft. Das hört sich an, als ob die Leute verarscht werden. Und als ob die Leute eigentlich gar kein Problem haben. Aber wir schaffen dann das Problem. Was ja nicht stimmt. Weil in erster Linie finden die Leute uns. Nur dann, wenn sie das Problem haben. Und wenn sie nicht das Problem haben, skippen die weiter. Und das allerwichtigste, ich bin aktuell sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich habe und was mir möglich gemacht ist. Ja, warum ist er das? Weil er genau diese Sachen macht, die für einen Mann wichtig sind. Er hat Ziele, an die er arbeitet. Er hat dann entsprechende Erfolge. Er hat Frauen, die hinter ihm her sind. Er hat wahrscheinlich Freunde. Er hat auch, er hat eine riesige Community, die auf ihn hinaufschaut. Er hat also Status. Ja, deswegen funktioniert das auch. Er erfüllt genau das, was der Klischee-Mann ist, sozusagen. Aber ich weiß auch, dass ich dafür hart gearbeitet habe. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, du ey Jonas, aber du bist kein richtiger Mann. Mir doch scheißegal, dann bin ich halt keiner. Nur weil ich eurer Loser-Red-Pill-Argumentation nicht entspreche, glaube ich. Doch, du entsprichst der Argumentation. Du bist das beste Beispiel dafür, was wir predigen, sozusagen. Was wir weitergeben. Was ein Andrew Tate weitergegeben hat. Oder gesagt hat. Du entsprichst das. Das Problem ist, du stellst dich hin und sagst, nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch andere Sachen. Ihr könnt sein, was ihr wollt. Ist doch kein Problem. Seid dann trotzdem Männer. Ja, du bist trotzdem ein Mann. Mit Schwanz. Und Trieb. Und was bringt dir das? Gar nichts. Glaubt ihr, dass mich das verunsichert? Darum geht es. Es geht darum, was du verbreitest. Was du den Leuten suggerierst. Darum geht es. Nicht, dass du keinem bestimmten Bild entsprichst. Oder dass du ein Loser bist. Oder dass du ein Beter bist. Oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht. Darum ging es niemals. Es ging nicht um deine Persönlichkeit. Es geht darum, was du in die Welt hinausschreist. Und das ist, was problematisch ist. Weil es teilweise genau diese Probleme erschafft. Wie viele Typen habe ich in den letzten Wochen kennengelernt, okay? Die mir von ihren Beziehungen erzählt haben. Und die genau das, was die Gesellschaft heutzutage dem Mann ins Gehirn hämmert, gemacht haben. Vor allem dieses, sei emotional. Zeig Gefühle. Weine mal vor deiner Freundin. Das ist kein Problem. Zeige ihr deine Gefühle. Und was glaubst du, wie das ausgegangen ist? Ja. Unten trocken wie Sahara bei der Frau. Und dann auf Wiedersehen. Kein Bock auf sowas.